Ponyherz? Dich gibt es wirklich? Anni, kommst du bitte? Ich komm schon. Stell dir vor, du ziehst um. Mitten aufs Land. Ich hasse dieses Kaffee. Du kennst noch keinen. Suchst du dir bitte einen Platz? Neben Lorenz ist noch einer frei. Ich weiß, Anni, das ist alles nicht so einfach. Neue Schule, neues Zuhause. Aber du darfst nicht gleich ausrasten. Frag nicht. Es war toll. Ich liebe es hier. Und deine Eltern sind total schräg. Wann kriege ich mein Pferd? Was? Haben wir gesagt, wenn die Gärtnerei gut läuft, dann bekommst du ein Pferd. Und genau dann, wenn du damit gar nicht rechnest, wird auf einmal dein größter Traum wahr. Ponyherz? Du bist wirklich Ponyherz. Willst du, dass ich auf dir reite? Ich reite? Hast du das gehört, Welt? Ich reite! Sind das so ein echter Wildpferd, oder nicht? Die Pferde haben einen Besitzer. Den Grafen von Meerfeld. Und der hat ein riesiges Areal für sie eingezäunt. Aber ab und zu hauen ein paar von ihnen ab. Oder weil sie vor Pferdediten fliehen. Der müsst hier weg. Ponyherz ist ein Wildpferd. Und hier darf man mich einfach einsperren. So was wenn ich dich klara? Ponyherz ist ein Wildpferd. Ja! Wie bitte. Okay, why? Wie bitte bist du comfort, die Stimme von der Mannschaft der INVETT? Wir sind dein wirklich coateduch. WUHU! WUHU! WUHUHU! WUHUHU! Play off pictures.